Sie brauchen eine basische Ernährung, um den Sauerstoffgehalt zu fördern und die Übersäuerung oder die Entzündung zu hemmen. Die Beschädigung durch die Sauerstoffelektronen. Wir brauchen diese Früchte gegen die Säure. The Resveratrol. Lycopenes. Legumes, Peas and Beans. Bohnen und Erbsen. I don't believe in the Paleo diet. Do you know the Paleo diet? No, I don't. It's a big fad. I don't believe in the Paleo diet. Paleo. Ah, Paleo. Ja, Paleo. That's like the ancient people eating. Paleo. Whole grains, olive oil, Mediterranean diet. Vollkorn und mediterrane Essgewohnheiten wieder. Seafood, especially for Omega-3s. Meeresfrüchte, vor allem für die Omega-3-Fettsäuren. I take seal. It's illegal in Europe. Ah, ich esse Roppe, was hier illegal ist. I'm so sorry for you. But Krill is very good. Krill is somewhere between the two. Krill is auch, was is das? It's like a little shrimp. Ah, wie ein kleiner Krebs. Yeah, there you go. Ich kannte das nicht. Liver. Eh, Leber. Liver. Ah, yeah, your liver. Yeah, yeah. Ah, to eat. All the organ meats, heart, liver, and kidneys. Herz, Leber, Nieren, diese Dinge als Nahrung. Provide Vitamin K2. Daraus bekommen wir Vitamin K3. Unfortunately, the only other source is fermented soy. Leider ist die einzige andere Quelle fermentierte Soja. And it tastes even worse than it looks. Und es schmeckt grauenhaft. Natto. And our friends, green tea. And our friends, green tea or long tea. Yeah. Kinesisk. Lisa, you see, Podensk. Okay. So not only do you want to repair and resuscitate and bring back the damaged mitochondria. Also, we want to make new ones. We want to make new ones. Because remember, the growth of the cancer Well, erinnert euch, das Wachstum der Krebszelle Exactly corresponds, relates to the number of damaged or lost mitochondria. One way restrict calories. Go a bit hungry sometimes. Smaller meals. Most of us eat too much. Meisten von uns essen zu viel. And fasting. They're old nature cure. Fasting. Fasten. Fasten, ein altes Heilmittel. Many religions have fasting holidays. Many religions have fasting holidays. And it was very wise. And that is very wise. Yeah. So, a little fast here and there, very good. Ein bisschen fastend, hier und da, sehr gesund. Und übrigens sehr hilfreich während einer Chemotherapie. Macht einen grossen Unterschied. Und wieder die Inhalte von Früchten, speziellen Früchten. Und wieder Traubenkern. Es gibt nur ein paar Zusatzprodukte, die ich meinen Patienten empfehle. Es gibt einige. Ja, which is Vitamin D, K2, Traubenkern, Omega-3-Oils. In Kanada, everyone's low. Die Regierung in Kanada sagt so, die Gesundheitsabteilung. Es muss ja wahr sein, wenn die das sagen. Etwas, es auch hilft, Rotwein. Yeah! Ihr macht sehr leckeren Wein hier. Und Fermented Wheat Germ Extract. Ich weiß nicht, ob du das hast. Von diesem Anti... Ja. Dann gehen wir mit der Wein. Du hast Wein. Fermentiertes Weizenkern. Okay. Fermentierter Weizenkern. Thank you. Fermentierter Weizenkerne. Fermentierter Weizenkerne. Fermentierter Weizenkerne. Das ist ein neues und sehr ausgiebiges Zusatzprodukt. Yeah. But it's good. Und es ist gut. Okay. Exercise also. Bewegung. Big surprise. Große Überraschung. What isn't it good for? Was ist es schon nicht gut? Wofür ist es schon nicht gut? I had a wonderful long walk around Zurich yesterday. Ich hatte gestern einen wunderschönen Spaziergang durch Zürich. And I'm going to walk in nature tomorrow all day. Morgen gehe ich den ganzen Tag wandern in der Natur. And after sitting here today, you should too. Und nachdem ihr hier gesessen habt, solltet ihr das auch tun. Solltet ihr das auch tun. So. Also Curcumin. Ups. Curcuma natürlich. Yeah. And Quercetin. Und Quercetin. So these things keep showing up. Und wir sehen, diese Dinge wiederholen sich immer wieder. So I research this. Also forsche ich da, forsche ich da. Sorry. The same things kept showing up. Überall haben sich dieselben Dinge aufgetan. Dieselben Produkte und Inhalte. Yeah. Thousands of hours in nine years. It was easy. Tausende Stunden, neun Jahre. Dann war es so einfach. All right. So. Some ideas to prevent cancer.